Hallo! Hallo Freider! Wie geht's? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Sehr gut. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. In welcher Stadt? München aus Bayern. Bavaria. Wie viele Lederhosen hast du? Ich habe keine Lederhose. Weil Lederhose ist im Süden von Bayern. Aber ich bin eher aus dem Norden, aus Franken. Wir tragen nicht so viele Lederhosen. Ah, ich verstehe. In Bavaria gibt es viele Brötchen und Bratwurst. Das stimmt. Und Weihwurst. Ja. Und Bier trinken. Das stimmt auch. Was ist dein Lieblingsessen in Deutschland? Hast du ein Lieblingsessen? Ja. In Deutschland ist es Schnitzel mit Pommes. Ja, Pommes. Weißt du, es gibt in der Nähe von diesem See ein gutes deutsches Restaurant da vorne. Ah, ja, ja. Ich verstehe, ja. Schnitzel. Schnitzel. Ja. Chemeier. Hast du... hast du Nudersuppe hier zur Lederhosen probiert? Ja. Ja. Farbar. 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 Fargar. Farbar. Farbar Capcom. Was denken Sie über… Sehr gut, aber ich mag lieber vor gar. Ah, gar ist besser. Ich denke, es ist besser. Für mich auch. Wie viele Sparen sprichst du? Flüssig, zwei. Und ich spreche ein bisschen Chinesisch und ein bisschen Koreanisch. Ah, ja. Pluslich ist Deutsch und Englisch. Genau. Ah, ja. Wie lange warst du in China und Korea? Insgesamt fünf Jahre. Fünf Jahre? In Shanghai oder in Beijing? Nein, nicht in Mainland China, sondern in Taiwan. Ah, Taiwan. Ja. In Taichung? Äh, Taipei. Zwei Jahre Taipei. Sie sprechen Chinesisch und… Koreanisch. Ja, koreanisch. Ja, koreanisch. Aber koreanisch nur noch ganz wenig. Ja, schwierig, ja. Ich glaube, dass Deutsch ist sehr schwieriger als Englisch. Englisch ist mehr einfacher. Das stimmt. Ja. Die Grammatik in Deutsch ist nicht einfach. Es ist kompliziert. Ja. 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 Du hast es verstanden? Ja. Ja, ja. Du hast es verstanden? Ja, ja. Es ist ein sehr typisches deutsches langes Wort. Das bedeutet ein Gesetz, das besagt, wie du Rindfleisch etikettieren musst. Like, welche Nummer auf das Rindfleisch kommt. Ah. Das ist ein Wort und das heißt Rindfleisch etikettierungswort. Das ist Essen? Ja. Es ist das Essen und es ist ein Gesetz über dieses Essen. Ah. Das ist dann das längste offizielle deutsche Wort. Ah, ja, ja. Und das lecker auch. Ja. Was ist dein Frühstück in Deutschland? Meiner was? Frühstück. Das Frühstück. Ah, Frühstück. Ja. In normalerweise auch... Eigentlich nur Cornflakes. Cornflakes, ja. Nichts in Deutsch. Nichts in Deutsch. Italien. 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 Ich weiß gar nicht. Italien oder Amerika. Ah. Aber ich esse normalerweise nicht so viel Frühstück. Ah, ja. Aber in Vietnam, ich mag... Pan Mì Oblac? Brot. Ja, Brot mit... Oblac. Ja. Brot mit Eier auch. Genau. Ja. In Café mit Eier... Hast du einen Café mit Eier? Ja. Brot mit Eier? Eier Koffi, ja. Eier Koffi, ja. Eier Koffi, ja. Das ist bekannt hier. Ja, genau. Aber es ist geil. Ja, aber ich finde es sehr gut. Vietnamesischer Kaffee ist der beste Kaffee. Ja. Ist ähm... 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 Magst du Reisen? Ja. Sehr geil. Was ist deine liebe Stadt in England? Wann wirst du... Ja. Ich hab... Ähm... Drei Lieblingsstädte. Okay. Ähm... Bangkok, Thailand. Ja. Taipei. Hanoi. Ja. Warum? Ähm... Ich... Ich... Ja. Weil Thai-Essen ist sehr, sehr gut. Spicy. Spicy. Wie sagt man das? Scharf. Sehr scharf. Ja. Und für Europäer das thailändische Essen ist sehr, ich muss sagen, angenehm, schmeckt sehr gut. Ah. Ähm... Dann... Ich mag Hanoi. Wegen viele Roller und viel Chaos. Ähm... The Old Quarter. Ja. Und Taipei, weil die Leute in Taipei sind. extrem freundlich. Ja. Freundlich. Ja. Aber sie sprechen... Die Leute in Taipei sprechen englisch, rutsch oder nisch? Oder... Nicht so viel. Manche. Manche. Ah. Manche. Genau. Ja. Was bringen Sie über das Verkehr hier? Ähm... Die Verkehr hat der Verkehr? Verkehr? Ähm... Ich... Ich mag es. Ich hab... eine eigene Honda Cup. Ah. Good. Deswegen... Ich war auch schon... Ich hab von Hanoi nach Saigon bin ich mit dem Roller gefahren. Ah. Und... Ich hab eine hier gekauft. Ja. Cup? Ja, ja, ja. Wie... Wie... Wie viel kostet... Ähm... Wie kostet... Ähm... Taiwan. Die License. Ah. Von Taiwan. In Deutsch Führerschein. Ja. Und... Dann Internationale Führerscheine. Ja. Das... Das... Aber niemand... Niemand hat bis jetzt gefragt. Ja. Ich hab viele Motorräder hier. Ja. Das stimmt. Ja. Und Auto. Aber... Nicht viele... Nicht viele Fahrräder. Nicht viele Fahrräder. Ich glaub, früher gab's mehr Fahrräder. Und jetzt jeder hat eine Rolle. Ja, ja. Ja, ja. Was... In... 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 What... What is da der Beruf? Oder... Ähm... Ich mach ein... Ich bin in Hong Kong. Und bin dort an der Uni. Universität. Und mach ein Doktor-Tipp. Ah, Doktor. PhD. Ah. In Deutschland wie lange studierst du in Universität? In... In Deutschland nur zwei Jahre. Oh. Und dann zwei Jahre Korea. Ah. Zwei Jahre Taiwan. Und jetzt Hong Kong. Hong Kong. Ah. Das ist lange. Ja. Das ist recht lange. In Vietnam normalerweise, wir haben vier Jahre studiert. Ja. In Deutschland normalerweise auch vier Jahre für Bachelor. Aber ich habe zwei Jahre in Deutschland und zwei Jahre in Korea. Ah. Good. Beides. Was bedeutet die... Korean Leute und Taiwan? Wo ist die Leute? Ist mein... Unterschied? Ja. Sehr unterschiedlich. Ja. Ähm... Ich würde sagen... Die Leute in Taiwan sind etwas offener. Offener. Ja. Und es ist für mich in Taiwan etwas leichter Freunde zu finden. Und in Korea etwas verschlossener. Aber wenn du die Leute kennenlernst, dann auch sehr sehr nett. Ah. Ja. Das ist sehr gut. Ja, ja. Sie ist... Wie beobachtet. Sie ist ein Studierende. Ah. Okay. Sie kommen hier um... Englisch lernen. Ah. Ja. Das Leben ist zu kurz um Deutsch zu lernen. Das ist richtig. Ich glaube das. Wenn ich nicht aus Deutschland wäre, ich glaube es wäre zu schwer für mich zu lernen. Ja. Ja. Das ist... Akkusativ. Und Dativ. Oder Nominativ. Und die ähm... Verschiedene Geschlechter. Der, die, das. Der, die, das. Ja. Das ist nicht einfach. Ja. Ähm... Hast du in Berlin gearbeitet? Äh... Ja. Aber nur... Nur zu besuchen. Ich habe nie dort gelebt. Ja. Die Mutti-Kuti-Stadt auch. Ja. Das stimmt. Viele... Viele Kulturen. Viele verschiedene Leute. Ja. Es ist ähm... Berlin. Mauer. Ja. 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 Ich hoffe. Okay. In der Zukunft. Im, äh... Gerade, vielen Wilhelm-Mädchen. Sie wollen nach Deutschland für Arbeit. Aber ich weiß, ähm... Visa ist oft schwierig. Ja, sehr schwierig. Ja. Meist von, von Freunden, ne? Das Schengen-Visum ist... Ja. Kompliziert. Visum und, äh... Prüfungen. Ja. 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 Schreiben. Ja. Okay. Danke sehr. Danke auch. Wie heißt du? Sebastian. Sebastian. Ich heiße Hai. Ja. Freut mich. Freut mich auch sehr. Bis zum nächsten Mal.